ich wünsche euch einen super schönen zweiten advent ja vor einiger zeit hatte ich euch ja bereits erzählt dass es dieses jahr wieder eine riesengroße futterspendenaktion geben wird von dr clauders unter dem hashtag gemeinsam geben geben wir eine ganze menge ich sitze hier gerade nämlich in mörs natürlich zusammen bei der mörser tiertafel denen wir halt diese futterspende heute überreichen dürfen was uns mega freut denn die zeiten sind hart genug und umso schöner ist es natürlich ein bisschen was zurückgeben zu können und ich möchte es natürlich auch nicht versäumen mich im namen meines gesamten teams sowie unseren tierischen kunden für diese wirklich großartige spende die uns sehr sehr unter die arme greift zu bedanken damit kriegen wir mit sicherheit einige bräuchlein wieder gefüllt das ist unser herzenswunsch dass kein tier hungern muss und in der form noch mal von allen ein herzliches dankeschön ihr seid großartig